Ladungen auf der Konvoi-Route ich hoffe natürlich jetzt ich gehe davon aus dass jetzt hier wieder Deutsche sind hier sieht schon mal gut aus ah da hinten Sana eigentlich bin ich direkt in seinem Sichtfeld Scheiß drauf Oh fuck da waren ja auch noch welche ich glaube jetzt kommt die finale Begebenheit ich renne mal am besten hier nicht so durch die Kante wir müssen nur noch hier hoch ich weiß aber noch nicht ganz wie ich da hochkomme das sieht doch mal gar nicht schlecht aus hier sieht man auch mal wie krass zerstört Berlin schon war ich weiß ich weiß gar nicht in welchem Jahr wir grad sind wo 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 So und da ist jetzt mal noch ein bisschen stolper Draht, nein, verdammt, das war dumm, scheiße. Fuck yeah, hier war noch einer, das ist ja krass, okay, okay, oh, da sieht mich irgendwer, ja, ein Sniper. Oh, da oben, da ist eine Flasche, abgelehnt, dich habe ich, scheiße, ist das krass, toll, hier geht's auch hoch, naja, das ist jetzt nicht so schön, aber ich habe wenigstens da unten, achso, ich muss hier hoch, ne, da geht's nicht hoch, glaube ich zumindest, weiß ich nicht. So, ich glaube, wir sind an unserem Auspunkt, glaube, wir müssen nach rüben rein, gut. Ah, nee, hä? Ah, okay, hammer nice. Huh, okay, wir haben es geschafft, mehr oder weniger leise. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawohl, Anfänger, Scharfschütze, Errungenschaft freigeschaltet Okay, ich hab grad nicht sehr viele Frames aber darauf scheiße ich mal Wir haben ihn! Oh, oh Oh, oh Panzer! Ah, sehr gut Fuck, 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 fuck Nicht gut, gar nicht gut Nicht gut, nicht gut, nicht gut Oder so Oh, das war die Nase Ähm, soll ich jetzt eigentlich fliehen oder wo ist Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Jawohl Oh, scheiße Und noch einer Oh, hab das Loch gesehen Und noch einer Oh Komm, da ist noch einer Nee, doch nicht Ja, da war noch einer Okay, hochgekommen ist da noch keiner Versuch mal sein Herz zu treffen Oh, scheiße Das war War das nicht die Lunge? Wo sind hier noch welche? Oh, das war's Oh, das war's für gerade Da hinten ist noch einer In die Eier Okay, das war die Brust Aber egal So, ich glaub, wir haben jetzt alle Wenn nicht, dann machen wir die jetzt auch im Nahkampf Schnittig Okay Keine Sau mehr da Boah, Frame-Einbrüche Boah Boah Scheiße, hab ich gerade Frame-Einbrüche So, da sind wir wieder Tut's mir leid, ich hab gerade Frame-Einbrüche Muss mal kurz wieder neu Starten So Da war einer Wo auch immer Oh Da ist ein Panzer Ja, das ist nicht gut Ah Decke Puh Boah, yeah So Ich glaub, wir haben's geschafft Jawohl Wir sind die wahren Motherfucker Zweite Mission Zu Ende 24.000 Feigeschaltete Waffen Gesamte Schussentfernung 2.000 Kürz durch Sprengstoff Gesamte Spielzeit 30 Minuten Na, das wären noch zwei Parts Okay, 10 Goldbahnen Ich hab gar nichts davon gefunden Aber ich glaub, die muss man zerschießen, oder? Ich hab da vorhin so eine Flasche auf dem Dach gesehen Na, naja Gut Ähm Wir gehen das mal verlassen Bis zum nächsten Mal, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Bis zur nächsten Mission Es wird jetzt erstmal Denk ich mal entweder Sonntag und Mittwoch Oder erstmal nur Sonntag und Bad Komm, ich weiß es noch nicht Kommt drauf an, wie ich aufnehmen kann Aber ich verabschiede mich erstmal Bis dann, haut rein